Paukenschlag-News in Sachen ORF-Gebühr, auch bekannt als Haushaltsabgabe. Der Verfassungsgerichtshof hat sich nun geäußert. Zuerst möchte ich mich aber entschuldigen, wenn ich etwas angeschlagen wirke heute. Ich bin es leider wirklich. Aber trotzdem wollte ich euch diese wichtige Neuigkeit nicht vorenthalten und habe mich aus meinem Bett bemüht. Also lasst gerne ein Abo da und ein Like da. Damit helft ihr uns wirklich sehr weiter. Ihr könnt euch erinnern, dass wir darüber berichtet haben, dass es Individualanträge auf Gesetzesprüfung beim Verfassungsgerichtshof gab, weit über 300. Nun hat sich der Verfassungsgerichtshof dazu geäußert und jetzt die traurige Botschaft, relativ traurig, für die 331 Antragsteller der Verfassungsgerichtshof weist nämlich die Beschwerden gegen den ORF-Beitrag als formal unzulässig zurück. Der Verfassungsgerichtshof hat also die Sammelbeschwerden gegen die neue ORF-Gebühr von allen 331 Antragstellern als unzulässig zurückgewiesen. Er begründet das wie folgt. Gegen die neue Haushaltsabgabe gibt es einen anderen Rechtsweg als den eines direkten Antrages beim Verfassungsgerichtshof auf Gesetzesprüfung, welcher auch zumutbar sei. Die 331 Personen, von denen die meisten nach eigenen Angaben keinen Fernseher haben, was aber auch nebenbei gesagt rein gesetzlich hier jetzt mittlerweile auch schon egal ist und keine Rolle spielt, hatten sich mit einem sogenannten Individualantrag auf Gesetzesprüfung an den Verfassungsgerichtshof gewendet. Das bedeutet, dass die Beschwerdeführer den längeren Rechtsweg gegen den ORF-Beitrag einschlagen müssen und sich nicht direkt an den Verfassungsgerichtshof wenden können. Erst über den Umweg. Dieser Rechtsweg führt eben über einen Bescheid der ORF-Beitragstochter, ORF-Beitragsservice GmbH, OBS, zum Bundesverwaltungsgericht und dann erst zu den Höchstgerichten. Das heißt also, noch ist inhaltlich nichts entschieden. Es wurde nur aus formalen Gründen jetzt einmal ein Riegel vom Verfassungsgerichtshof vorgeschoben. Der Verfassungsgerichtshof hat aber inhaltlich eben noch nicht darüber entschieden. Das ist ganz wichtig hier zu verstehen. Ich bin mir sicher, es wird Leute geben, die formal den Weg nun auch schon so gehen, dass sie zuerst einen Bescheid beantragen, um diesen dann vor einem Verwaltungsgericht zu bekämpfen. Und es bleibt weiterhin spannend. Folgt uns jedenfalls, um in Sachen ORF-Gebührrechtlich immer up-to-date zu bleiben. Die Anträge an den Verfassungsgerichtshof sollen nur die Ausnahme sein, Individualanträge sein, nur unter bestimmten Voraussetzungen und Umständen zulässig, sagt der Verfassungsgerichtshof zu dieser Sammelbeschwerde, die jetzt eben zurückgewiesen worden ist. Nur wenn diese erfüllt sind, kann der Verfassungsgerichtshof solche Anträge inhaltlich prüfen. Unter anderem dürfe es für diese Antragsteller keinen anderen zumutbaren Rechtsweg geben, auf dem sie die von ihnen behauptete Verfassungswidrigkeit eines Gesetzes geltend machen können. Und genau diesen gibt es aber eben im vorliegenden Fall. Denn die Antragsteller können bei einer Zahlungsaufforderung von der OBS einen Bescheid über die Festsetzung ihres ORF-Beitrags beziehungsweise dieser Haushaltsabgabe verlangen, ohne dafür ein Strafverfahren zu provozieren. Das wäre nämlich schon eher unzumutbar. Und gegen diesen Bescheid wiederum können sie dann eine Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht einlegen. Und dessen Entscheidung wiederum kann dann beim Verfassungsgerichtshof zum Beispiel mit der Begründung der Angefochten werden, dass der ORF-Beitrag verfassungswidrig sei, aus welchen Gründen auch immer. Im Übrigen sei auch das Bundesverwaltungsgericht befugt, das ORF-Beitragsgesetz beim Verfassungsgerichtshof selbst auch anzufechten. Fazit ist also vom Verfassungsgerichtshof, der Individualantrag war zurückzuweisen. Nicht abzuweisen inhaltlich, sondern zurückzuweisen wegen einer Formalität. Das war eigentlich für Juristen, die sich halbwegs gut mit Verfassungsrecht auskennen, auch absehbar. Deshalb empfehlen viele Anwälte, die sich mit der Thematik hier beschäftigen, eben auch unbedingt den richtigen Weg zu gehen und sich diesen Bescheid erstmal zu holen. Denn dann hat man etwas in der Hand, das man auch bekämpfen kann. Wichtig nochmals, das war keine inhaltliche Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs. Inhaltlich hat sich der Verfassungsgerichtshof nicht zu den Beschwerden geäußert, wonach der Beitrag nach Ansicht der Beschwerdeführer verfassungswidrig sei. Es bleibt also weiterhin spannend, denn meines Wissens wurden schon einige Bescheide ausgestellt und diese müssten innerhalb einiger Wochen beim Bundesverwaltungsgericht bekämpft werden. Das heißt, wir werden zwangsläufig bald von mehr Fällen über den zumutbaren Rechtsweg hören und wir werden hier mit Sicherheit auf dem Kanal auch darüber berichten. Deshalb abonniert am besten mit Glocke, um keine weiteren Videos zu verpassen und liked das Video. Was denkt ihr zu der ganzen Sache mit dem Verfassungsgerichtshof jetzt? War das abzusehen? Findet ihr das richtig? Schreibt es in die Kommentare. Mein Name ist Boris, das ist Jusprofi und wir sehen uns beim nächsten Mal.